Hallo und herzlich willkommen zurück auf funkyhum.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma EcoFlow die EcoFlow Delta II Max Power Station. Wie man hier an dem Aufkleber sieht, ist sie heavy. Ja, das ist sie. Und zwar wiegt sie ungefähr 20 Kilogramm. Wir haben sie hier mal aufgebaut. Sie ist mit zwei Haltegriffen versehen. Das heißt also, man kann sie durchaus mobil verwenden und dafür ist nämlich auch gedacht. Und zwar zum Beispiel auf dem Campingplatz, im Garten, auf der Baustelle, im Auto, auf der Terrasse oder aber eben auch stationär im Haus. Die hat nämlich einige Vorteile, die wir jetzt gleich aufzeigen werden. Die Gesamtkapazität von dem Akku beträgt 2048 Wattstunden. Das heißt, wenn wir ein Gerät anschließen mit zwei kW, erhalten wir ungefähr eine Stunde Strom. Wenn wir ein Gerät anschließen mit einem kW, haben wir zwei Stunden. 500 Watt haben wir vier Stunden und so weiter. Ja, und der Akku, der da drin ist, ist kein normaler Lithium-Ionen-Akku, sondern wieder Lithium-Ferro-Vosfat, also Lithium-Eisen-Vosfat-Akku. Die FIPO4 ist halt eben besonders haltbar. Man kann sehr viele Ladezyklen damit verwenden und das erwähnen wir auch hinter dem anderen Test. So, dann schalten wir das Ganze mal ein. Hier vorne über den Einschalter wird die Powerstation eingeschaltet. Einmal kurz drücken und die Powerstation geht an. Zum Ausschalten muss man sie wieder lang drücken. Also, dann haben wir hier vorne ein Display drauf. Dieses Display zeigt in der Mitte übersichtlich an, wie viel Kapazität noch im Akku drin sind. Hier in unserem Fall sind es jetzt gerade 65 Prozent. Dann sehen wir die Ausgabeleistung, die Eingabeleistung und die vermutlich errechnete Laufzeit des Akkus bei der und der Ausgabe. Wir können anschließen, Geräte hier im vorderen Bereich, USB-Typ A, vier Anschlüsse, zwei davon mit Schnellladefunktion und zwei USB-Typ C-Anschlüsse mit jeweils 100 Watt. Und eingeschaltet wird das Ganze über den Taster hier vorne und ausgeschaltet ebenfalls. Wir haben gerade gesagt, dass wir 2048 Watt Leistung haben. Ich drehe das Ganze mal eben. Wir haben hier noch die Möglichkeit, zwei zusätzliche, bis zu zwei zusätzliche Akkus anzuschließen, die es von der Firma EcoFlow gibt, um die Kapazität noch weiter zu erweitern. Auf der Rückseite, hier hinten haben wir die vier Anschlussmöglichkeiten, die AC 230 Volt, 50 Hertz, reines Sinus. Das sind ganz gewöhnliche Schokosteckdosen, die zur reinen Ausgabe gedacht sind. Das heißt, auf gar keinen Fall Strom reingeben, sondern nur ausgeben. Und bis zu 2400 Watt können hier angeschlossen werden oder im X-Boost-Modus sogar bis zu 3100 Watt. Dann muss man allerdings beachten, dass damit nicht jedes Gerät verwendet werden kann, wenn man das auf den X-Boost-Modus einstellt. Das haben wir bei der EcoFlow River 2 Pro Power Station auch schon mal erzählt, aber da gehen wir auch im Test nochmal weiter. Hier haben wir die Möglichkeit, das einzuschalten. Wir haben dann auch ein kleines Relais und können das wieder ausschalten. Darunter haben wir dann eine 12 Volt KFZ-Ladebuchse. Dann haben wir eine DC5521, zwei DC5521 Anschlüsse. Da ist im Lieferumfang dabei ein DC5521 auf DC5525. Für Notebooks zum Beispiel zum Anschließen. Ebenfalls mit dabei im Lieferumfang ist das Kaltgerätekabel. Das heißt, das wird eben hier angeschlossen, um die Power Station aufzuladen. Hier im oberen Bereich sieht man das Ganze. Und man sollte dieses mitgelieferte Kabel auch wirklich verwenden, denn das ist für eine hohe Last von bis zu 2400 Watt ausgelegt. Und wenn man da die dünnen Käbelchen verwendet, die teilweise im Handel erhältlich sind, könnte das schief gehen. Könnte ziemlich warm werden. Zeigen wir auch hinterher noch ein Wärmebild im Test davon. Ja, eben Schokosteckdose, Schokosteckdosenkabel. Das haben wir dabei und das kann hier eingesteckt werden. Dann kann man hier mit einem kleinen Schalter umschalten zwischen 2400 Watt Dauer-Ladestrom. Das heißt, man lädt immer mit 2400 Watt. Oder man schiebt den Schalter nach rechts und hat dann die Möglichkeit, in der App einzustellen, ob man mit 200 Watt bis zu 2400 Watt laden möchte. Das kann man stufenlos in der App einstellen. Zeigen wir hinterher noch. Da ist natürlich toll, wenn man keine App gerade hat oder offline ist, unterwegs ist. Wenn man das nach links schaltet, weiß man, dass man definitiv mit 2400 Watt lädt. So, und dann haben wir hier noch eine Schutzeinrichtung. Und wir haben hier noch zwei Eingänge für Solarpanels zum Beispiel. Oder aber auch, das ist auch im Lieferumfang enthalten, um die Powerstation mit dem Campingwagen oder dem Kraftfahrzeug zu laden. Motorrad. So, dann machen wir das Ganze mal wieder zu und drehen das mal wieder rum. Also, 20 Kilogramm schwer, 2048 Wattstunden Leistung. Die App, die wollen wir noch ganz kurz zeigen. Und zwar sehen wir hier in der EcoFlow App, wir haben da schon eine Anleitung, eine umfangreiche zu beschrieben, sehen wir die ganzen Geräte über sich hier aufgeführt. Angefangen mit der Delta 2. Wir sehen hier auch wieder die mögliche Laufzeit mit ungefähr 99 Minuten, weil wir gerade keine Abnahme haben. Man kann hier umschalten zwischen Ausgabe und Eingabe. Bei der Ausgabe kann man sagen, man möchte gerne die Steckdosen ein- und ausschalten. Ich mach das mal kurz. Da hört man klack und schalte sie wieder aus. Oder 12 Volt Stromversorgung ein- und ausschalten und so weiter. Ja, man hat noch einige Möglichkeiten zur Schaltung, was man halt eben alles miteinander verbinden kann. Man kann halt eben auch noch zusätzliche Steuerungen vornehmen. Wir haben das schon mal erwähnt. Und zwar gibt es noch die 3M zum Beispiel. Den haben wir in unser Hausnetz integriert. Hier haben wir die Möglichkeit zu sehen, bei dem Shelly 3M, wie viel Verbrauch hatten wir. Oder haben wir dementsprechend auf welcher Phase vom Hausnetz. Man merkt schon, es wird ein bisschen komplizierter. Aber es ist nicht ganz so schlimm. Und man kann dann über den Shelly 3M auch etwas schalten. Man könnte zum Beispiel sagen, wenn ein Solarüberschuss von einem normalen Balkonkraftwerk vorhanden ist, lade bitte diesen Akku auf. Und das kann man halt eben dementsprechend alles verwalten. Wie das funktioniert, das haben wir zum Teil schon erwähnt in der App-Anleitung und auch in der EcoFlow River 2 Pro in dem Testbericht. Der Shelly 3M misst die drei Phasen im Haus und darüber kann man dann den Stromverbrauch im Grunde im Haus messen. Kann dann vergleichen, wie hoch ist der Einspeisestrom und wie hoch ist der Verbrauchstrom. Und kann dann anhand dessen den EcoFlow Akku aufladen lassen oder halt eben gebrauchen. Aber es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, wie man das Ganze verbindet. Und zeigen das dann im Testbericht auf funkyhome.de. Kann noch ein bisschen dauern. Wir sind ja gerade noch dementsprechend beim Aufbau und möchten das natürlich auch ordentlich installiert zeigen. Und wir freuen uns über ein Abo oder über ein Like. Denn so kann man halt eben dementsprechend uns immer wieder finden und immer wieder neue Videos anschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 550 5 5 26 34 75 und